ok weiter ich dachte das Spiel war rannsinnig es kommt ich finde hier gibt es auch noch Buchstaben Sachen gibt es fängt an aber nah es wäre geil gewesen wenn man das nochmal machen könnte ein hoi hui wir genießen die musik ein bisschen länger ah stimmt wieder nach rechts ach man jedes war wenn ich jedes mal aber oft das ist ein richtiges fass ich lass mal behalten ok dass bei dem fass übrigens nicht decay drauf steht verstehe ich auch überhaupt nicht ok ok Ach, egal. Nein. Oh. Das ist voll faszinierend, wie lange die Fässer, also wie lange man draufstehen kann, bevor man Schaden nimmt. Oi. Hey, nicht so frech. Ja, toll. Jetzt komme ich nicht mal weiter. Weil jetzt die doofen Fässer hier sind. Kann ich vielleicht dort springen oder so? Irgendeinen Trick gibt es da bestimmt. Ich sage es euch. Ob ihr es mir glauben wollt oder nicht, irgendeinen Trick gibt es da. Aha. Eine Banane fehlt uns noch. Du du du. La 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 la. Tsch tsch tsch. Dadada da. Tsch 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 tsch. Dadada da da. Dadada da. T-t-ttur. Bababam. Man kann... Aha. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Ich habe gerollt. Okay. Wir haben schon verkackt. Oh nein. Wir haben noch nicht verkackt. Ich habe es fast vergessen. ich glaube wenn ich das so richtig sehe hat sich sehr vieles falsch aber aber wenn ich das richtig gesehen habe kann ich wohl auch also die flamme jetzt länger an als sonst ok man stelle sieht immer noch so aus als könnte man da auch scheiße nein nein ah ah lalalalalala ähm 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 im prinzip ist das ja ein cooles level aber ich komme nicht weiter und wir haben schon wieder verkackt jedesmal bei dem monkey da vorne das stimmt irgendwie ein trick ich sag's euch aber ich werde da nie drauf kommen bis ich das irgendwann doch geschafft habe aber das war knapp jetzt mal ganz ruhig jetzt mal ganz ruhig so ein lümmel und dann ja ich ich passe jetzt mal ein bisschen auf meine umgebung auf also ich sag mal das ist ja noch in ordnung aber das da jedes mal da und er ist schon wieder gesprungen schon wieder ist er länger angewiesen also hier muss ich echt sagen also das level ist echt kacke ich wollte doch nur gucken ob da wird sie es ja toll hat wieder verkackt aber hier war nichts dann kann ich denn nicht die kleinen leitern unterklären ist ja schön besonders lange man eigentlich auf den dingern drauf tanzen kann bevor man getroffen wird das ist unglaublich wenn zwei links gewesen ich gucke gleich nach ist jemand der vielleicht ahnung was hier machen kann warum bin ich jetzt gesprungen ich habe keine ahnung ausreflenkt ich finde das halt gerade echt nicht schön danke spiel du mich auch was ist denn wenn ich ganz schnell drücke dann nehme ich nicht alle bananen mit ich gucke gleich nach hab ja keine lust also gar nicht wie das level heißt hab ich schon wieder vergessen guck jetzt nach ich weiß jetzt bin ich aus einem anderen grund gestorben ich weiß das aber jetzt habe ich den namen Donkey Kong Country hier ist ein Walkthrough in sehr schlechter Bildqualität das Bild ist das erste was mir angezeigt wird der springt da bestimmt rüber ich sag's euch das ist auch kurz vorm ende klar springt er einfach rüber ja hey warum sind dir die Fässer bei dem viel länger an ach moment okay ich habe glaube ich eine ahnung ich glaube ich weiß wieso ich habe meinen Fehler gefunden ja und hat es geholfen zum wachwert scheiße geht so jedes mal wenn man stirbt springt er einmal noch mal hoch und ich verstehe nicht wieso jetzt ganz ruhig hier ganz ruhig hier alles die alle weg ballern nein und verkackt dringend eine kleine Pause nein 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 hol spring kurz so hoch da so drei lange an aus eins zwei drei lange an aus zwei zwei drei 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 vier ich glaube das ist das level was mein bruder meinte Okay, das gefällt mir grad gar nicht. Ein K, wie es im Buche steht. Oh Didi, du hängst da ein bisschen drauf. Hey, der hat gestoppt. Huh? Okay, ist mir egal, wir haben Speicherpunkt Nein, nein, böse Und tot Hey Nein Nein Was ist das Ende? Das ist nur ein N Nein Das geht Nein Nein, nicht Monkey Nein 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 Nein, hol ab Nein Das ist noch ein Level Da war ein Seil Da komme ich dran Nein Okay, da komme ich dran Oh, da komme ich dran Nein Nein, hey Ich will da dran Ach komm, dann halt nicht Wenn ich mir das versterben sollte So Komm her, DK Oh Oh Oh, ja, 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 ja Nein 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 Ich habe das nicht hergebekommen Nein Ich will die Level nicht nochmal alle machen Bitte, spiel mir das nicht an Oh 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 Banane Äh, nee, Ballon Ja Wir kriegen das hin, Leute Wir müssen das ja alles hinbekommen Das war ein Problem Und zwar ein großes Problem Ist das euch Ja, das ist das Wie geht der Blüter Ich bin mir weg 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 Ich mag die Bienen Nein, ich mag sie nicht mehr Die Bienen sind alle Betrüger Moment Was ist denn, ich habe eine Bratwander, bin heute im Putz für eine ganze Woche nichts getan Wie? Ich weiß es doch selber nicht Nein Naja, beim nächsten Tod ist Schluss, nur dass du es wüsst Wollte nur gucken, wo man hier den Donkey kriegt, das wollte ich doch gar nicht machen Nein Nein Sauer Pfls Lös Wollte Wollte Wie gesagt Wollte Ich habe Niembring Wollte 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 Nö, nö, wisst ihr, wie viele Level wir jetzt nachmachen müssen? Viele. Nee. Riecht mir hier. Riecht mir hier.